Wir wollen uns ja immer Dienstag und Donnerstag mit einem kleinen Filmchen zu aktuellen Dingen melden. Und das werde ich natürlich auch regelmäßig tun, also auch heute wieder, obwohl ich mich gerade in Dresden befinde, zur Sitzung des Sächsischen Landtages. Und gerade sind die drei aktuellen Stunden, mit denen die Landtagssitzung begonnen hat, heute früh seit um 10 Uhr beendet worden. Und jetzt sind wir bei der Befragung der Staatsministerin für Justiz in diesem Falle. Und unsere Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker sind da gerade unten im Plenum und stellen Fragen aus den jeweiligen Fachgebieten im Ressortzuschnitt der Ministerin. Das ist ein Prinzip, was eingeführt worden ist, damit das Parlament die Möglichkeit hat, direkt und nicht nur über kleine Anfragen Ministerinnen und Minister zu befragen. Man muss sagen, dass es natürlich ein bisschen eine deutsche Lösung ist. Es ist sehr formalisiert und am Anfang wird ein Thema vorgegeben und die Fragen sind auch nicht ganz so spontan. Und insoweit ist das ein gutes, ein schickes Instrument. Ich würde mir allerdings wünschen, dass dieses Instrument viel flexibler ist und dass es vielleicht so etwas wie eine Befragung der Staatsregierung gibt und alle Minister inklusive des Ministerpräsidenten dazu da sein müssten. Und ich glaube, auf die meisten Fragen sollte ein Minister oder eine Ministerin auch zumindest eine Antwort geben können. Oder man kann sie dann mitnehmen und sie tatsächlich schriftlich beantworten. Das wäre nach meiner Auffassung ein viel interessanteres Format, wenn es keine vorgegebene Fragestunde gäbe, sondern alle Mitglieder des Sächsischen Parlamentes in die Lage versetzt werden, in einer Fragestunde der Staatsregierung oder an die Staatsregierung ihre Fragen zu ihren jeweiligen Themenkomplexen zu stellen. Uns steht neben den kleinen Anfragen aber auch noch das Anfragerecht in den Ausschüssen zur Verfügung. Auch da besteht die Möglichkeit, die jeweiligen Fachminister zu fragen. Also es ist nicht so, dass das uns Abgeordneten vollständig verwehrt wäre. Aber es wäre natürlich eine sehr interessante Angelegenheit, zumal die Plenarsitzung eigentlich ja öffentlich ist. Leider ist das in Sachsen ja so, dass der Mitteldeutsche Rundfunk nicht wie andere Sendeanstalten in Deutschland die Sitzung in Teilen sozusagen überträgt beziehungsweise dass das Angebot der Landtagssitzung oder die Wahrnahme der Landtagssitzung innerhalb des Mitteldeutschen Rundfunks doch sehr eingeschränkt ist. So sind sie früh. In der Regel zur ersten Aktuellen Stunde sieht man durchaus noch das eine oder andere Kamerateam, was Aufnahmen macht. Aber dann wird es schon ziemlich mau und ich glaube, wenn ich mir das hier mal erlauben darf, auf der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einer umfassenden Berichterstattung über auch das Leben in Sachsen, über politische Entscheidungen in Sachsen basiert eben nicht auf nur redaktionell zusammengeschnittenen Beiträgen, die in Redaktionen gewichtet werden, sondern eben auch dadurch, dass man sehr zeigt, wie das Parlament funktioniert und sehr deutlich macht, wie so ein Weg einer Entscheidungsfindung in einem Parlament ist und wie unterschiedlich Fraktionen auch argumentieren und manchmal auch sozusagen diskutieren. Entschuldigung. Was eine spannende Debatte jetzt gerade war, wir haben selber eine aktuelle Debatte eingereicht, auf die will ich nochmal ein bisschen lenken. Es ging uns um, was passiert eigentlich nach Corona, was muss man einfach machen und da ging es auch darum, dass es eben nicht nur darum geht, den Einzelhandel wieder zu stabilisieren, die Innenstädte wieder in einen ursprünglichen Zustand zurück zu versetzen, sondern mein Kollege Sodan hat zum Beispiel sehr deutlich erklärt, dass die Kultur, die Gastronomie braucht, die Gastronomie, die Kultur braucht, dass sozusagen eine belebte Innenstadt letztlich auch attraktiv für Touristinnen und Touristen ist und Touristinnen und Touristen dann wieder sozusagen auch natürlich von der Gastronomie gebraucht werden, dass die sozusagen dann die Konsumentinnen und Konsumenten von Kulturellen angeboten sind. Also so ein bisschen alles hängt mit allem zusammen und ich sage in diesem Zusammenhang immer gern, wir haben viel falsch gemacht, was die Belebung der Innenstädte, was die Wertigkeit unserer Innenstädte in den letzten Jahren, Jahrzehnten sozusagen angegangen ist, die Peripheriebauten der großen Einkaufszentren, das in der Innenstadt Einfallen von reinen großen Markenketten und die Nichtförderung des kleinen regionalen Händlers, der tatsächlich noch persönlich mit seinem Kunden redet und der persönlich noch den Kunden kennt, da hat sich sehr viel verschoben hin zu so einem allgemeinen Kaufverhalten, indem man in jeder Innenstadt dieselben Läden von Einkaufsmöglichkeiten hat. Ich will hauptsächlich jetzt keine Werbung machen, ihr wisst selber, egal in welcher Innenstadt kommt, sobald man in die Einkaufszone einbiegt, sieht man die Buchstaben an der Wand oder die Hinweisschilder hängen. Das ist nicht nur bei Fastfoodketten so, das ist halt leider auch bei vielen Einzelhandelsketten, Drogeriemärkten und Ähnlichem so. Und ich glaube, dass wir jetzt vielleicht auch durch Corona eine kleine Chance haben, neu darüber nachzudenken, was sind uns Innenstädte wert, was ist uns eine belebte Innenstadt wert und ist es eine Einkaufsstadt, ist es ein Wert des Einkaufens oder ist es sozusagen ein kultureller Wert, ein Wert, wie Leben gestaltet ist, wie urbanes Leben auch in Mittelzentren funktioniert, das zum Verweilen einlädt, wo Bäume stehen, wo sozusagen Parkanlagen wieder wichtig sind. Wenn man sieht, wie Parkanlagen in den letzten Jahrhunderten gebaut worden sind, dann sieht man, welche Wertigkeit die Menschen damals auf solche Anlagen, auf Grün gelegt haben. Wenn man sieht, wie schön die Schmuckplätze heute aussehen, die wir oft unter Denkmalschutz gestellt haben, dann sieht man, wie viel Wertigkeit die Menschen darin gelegt haben, dass man auch einfach nur in der Innenstadt mal flanieren kann oder einfach da sein kann. Und ich glaube, das ist etwas, was wir wiederherstellen müssen. Es geht nicht um den verkaufsoffenen Sonntag als reine Konsumveranstaltung. Es geht auch nicht darum, an einem Samstag jetzt eine verlängerten Öffnungszeiten darzustellen und dann sozusagen zu hoffen, dass das Belebung der Innenstadt wäre, wenn alle zu Tausenden in die Innenstadt rammeln und versuchen, ein Schnäppchen nach dem anderen zu ergattern. Ich glaube, belebte Innenstädte sind Innenstädte, wo man einfach gern hingeht, auch ohne Grund, vielleicht sich einfach nur zu erholen oder um andere Menschen zu treffen. Und vor allem, wo regionale Händler, Menschen, die die Waren aus dem Umland anbieten, da sind und wo kleine Einzelhändler da sind, bei denen man als Kunde nicht eine Registrierkassennummer dasteht und tatsächlich eine Fachverkäuferin auch noch mit dem, was sie da verkauft, sich identifizieren kann und eben nicht nur einen kleinen Job hat, mit dem sie ihr Geld verdient. Das wäre mir schon wichtig und ich glaube, wir haben in dieser aktuellen Debatte darauf hingewiesen, dass bei allen Nachteilen, die Corona jetzt hat, ohne Frage sozusagen, ist es gerade für die Einzelhändler ganz schwierig, für Kulturschaffende ganz schwierig, für sozusagen Handel und Handwerk sozusagen eine ganz schwierige Zeit und wir müssen darüber nachdenken, wie wir das Schlimmste verhindern. Aber das soll uns eben nicht daran hindern, auch darüber nachzudenken, was passiert danach. Wollen wir danach weitermachen wie zuvor, wobei niemand wirklich glaubt, dass es einen weiter so wie zuvor geben wird oder wollen wir jetzt die Chance, wenn man das so nennen kann, nutzen und tatsächlich mal darüber nachdenken, was ist eigentlich für uns Stadt wert, wem gehört die Stadt, wie lebt man in der Stadt und was ist das Lebensgefühl Stadt. Und das gilt natürlich dann eben nicht nur für Leipzig, Dresden oder die zukünftige Kulturhauptstadt Chemnitz, sondern das gilt dann auch für die Mittelzentren, das gilt für Blauen, für Zwickau, für Görlitz, aber auch für Zittau oder Weißwasser. In diesem Sinne, glaube ich, müssen wir die Diskussion aufmachen. Wir als Linke haben einen runden Tisch Corona gefordert, damit alle mal an einen Tisch kommen, nicht nur einzelne Fachverbände, sondern auch Expertinnen und Experten, Betroffene und andere Menschen, die glauben, dass sie eine Idee haben, wie man nach Corona weitermachen kann und dass man die auch mal gemeinsam anhört und vor allem, dass sie sich auch miteinander mal anhören. Und an diesem Zusammenhang hoffe ich darauf, dass es uns gelingt, dass bald der Impfstoff reichlich da ist und wir dann auch ordentlich impfen können, dass wir bis dahin ordentlich unseren Mund-Nasen-Schutz tragen und auf Abstand achten und dass wir ganz schnell aus diesem Lockdown herauskommen, ohne dass wir riskieren, gleich in den nächsten Lockdown wieder hereinzukommen, weil Leichtfertigkeit wäre jetzt keine Lösung. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, bleibt ihr gesund, tragt euren Mund-Nasen-Schutz und wir hören uns spätestens nächsten Dienstag.